Oh, ich bin schon neuf. Ähm, hallo? Sorry, dass es in der Woche nichts mehr kam, aber ich bin ein bisschen beschäftigt mit meinen Katzen. Aber ja, ich versuche jetzt wieder häufiger was zu machen. Ich bin schon in einem Chatraum und schreibe mit dem hier. Und ja. Wie ihr seht, bin ich kein VIP mehr. Ja. Aber es ist nicht so schlimm, solange ich nicht ignoriert werde. Also alles cool. Und wie immer bleiben meine Streams auch online. Natürlich kriege ich ne Benachrichtigung, dass ich streame. Total logisch. Ah! Ja. Heute, wie ihr seht, auch die Kamera wirkt, weil ich aussehe wie ein Stück Scheiß, wenn ich zu voll war, mich fertig zu machen. Also, hab ich die Kamera ausgeblendet. Und das ist mega heiß hier. Echt schlimm. Ähm, ja. Ich hoffe, ich krieg jetzt auch mit, wenn einer von euch schreibt. Oder online oder so. Genau. Ah! Er ist da. Cool. Äh, hallo. Ich muss jetzt erstmal gucken. Ah, ich hab zwei Zuschauer. Oh. Schick. Ah, Hiroka. Wenn das überhaupt so ausgesprochen wird, ich weiß es nicht. Hey. Das ist echt cool, dass du auch noch da bist. Äh. Äh, ja. Ich hoffe, die Musik ist mal wieder nicht so laut. Wieso hat er das denn nicht abgeschickt, ja? Ja, vier Zuschauer. Geil. Ich rieb mich auf, dass es warm ist und ich sitze hier mit einem dicken Wolldecker. Das ist... Interessant. Um ehrlich zu sein. Ja. Hey, Jaden. Ähm, du bist ja aus ASP auch. Ähm. Ja. Ich hab eigentlich heute versucht einzustellen, dass man mir was spenden kann. Aber... Man kann es spenden, wenn ich tausend Abonnenten hab und... Ja. Ja. Danke. Danke. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, ich brauch ne bestimmte Anzahl an Streaming Zeit und halt tausend Abonnenten. Sonst wird das nichts. Das heißt, ich mach ganz schön Werbung für mich, denn... geht das vielleicht schneller. Ähm. 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 Vielleicht... Vielleicht switch ich auch nachher von MSP zu Sims. Ich weiß es auch noch nicht. Ich weiß es auch noch nicht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich dachte mir so, wow. Und ich dachte ich bin alt. Äh. Ja. Ich war echt erschrocken. Ich mag lieber dieses Pixel-Shot-Drop, aber ich hab jetzt den passenden Pixel-Rock dazu meine Wunschlüsse. Und ich hoffe irgendjemand schenkt mir den. Weil es gibt da so viele Witch-Girls hier so. Ah. Ja. Ich nerv' die einfach jetzt hier. Das ist voll doof, dass du keine F.A.s annehmen hast. Ja, ich kann nur F.A.s annehmen, wenn ich VIP bin. Und das ist halt echt doof. Sonst... Ich nehm' immer alle an. Äh. Wenn es geht halt. Aber... Ich kann nicht mal Freunde... Freunde löschen, damit ich neue annehmen kann. Das würde ich auch nicht. Weil... Da müsste ich schon überall, keine Ahnung... 600 Leute löschen. Äh. Äh. Ja. Lustig ist, dass manchmal viele online sind, aber weder nicht. Und... Keine Ahnung. Das mit meinem Teller hier nervt mich. Ich weiß nicht, wohin damit. Äh. Meine Köpfe sind auch nicht so lang. Oder kabellos. Ähm. Ja. Es fragt mich, wie alt wo die anderen alle sind. Das... Das würde mich echt interessieren. Ja. 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 Wie alt seid ihr? Ja. Aber falls du noch zuguckst. Ich bin... 17. Und ich fühle mich echt... echt alt. Ach, sie ist 16. Okay. Sind garantiert alle durch TikTok hier. Auf TikTok ist eigentlich total Trend. Ich habe eine Frage. Äh. Okay. Ich hoffe, ich muss mir jetzt keine Sorgen machen. Oh, er ist 19. Oh. Ähm. Ja. Oh. Aber keiner ist älter als Mondfrau. Aber keiner ist älter als Mondfrau. Oh. Mir glaubt manchmal auch keiner, dass ich 17 bin. Weil ich... Keine Ahnung. Manchmal älter aus der, manchmal jünger. Keine Ahnung, was deren Problem ist. Ich meine, mein Freund sieht auch nicht aus wie 19. Fast 20. Darf man dir später geben? Was ist das für ne Frage? Natürlich. Mach ich ja jetzt nicht mal auf den Chat zu achten. Hm. Mh. 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 Ah. Ihr könnt auch gerne was in den Live-Shot schreiben. Das würde mich echt nicht stören. Mann, das ist nervig, dass ich keine Freundschaftsfragen annehmen kann oder sich alle im Weg steh'n. Ich find's schön, wie man mich dann sieht. Ich find's schön, wie man 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 sieht. Sie folgt mir. Sie folgt mir. Vielen Dank an Zombie-Jaden. Jetzt habe ich Geld und... Was ist das schon wieder? Vielen Dank. Warum? Warum stellt sie sich denn vor mir? Was soll das denn? Nein. Nein. Ich will doch nur... Was mach ich? Was hab ich dir getan? Hat sie jetzt schon... Hat sie jetzt eigentlich schon geschrieben? Okay. Nein. Achso. Ich schreib ihn da nochmal, falls er nicht zuguckt. Okay. 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 Ich guck's mal bitte. Habe ich gerade schon darauf geantwortet? Ich hoffe schon. Tanz mit uns. Habe ich ne Tanzanimation? Posen, Schauspiel und Tanz. Ich glaub ich kann eigentlich nicht tanzen. Ich, ich, ich. Ich hab keine Tanzanimation. Ah! Hey. Ich kann voll geil tanzen, ne? Auf jeden Fall. Ja man. Voll geil und so. Wäre ich so VIP würd ich ein paar Leuten Spezi schenken. Weil da hätt ich ja überall 800 Diamanten oder so. Ne? Würde ich dir auch was schenken. Ne? Würde ich. Bei Schnappen und so. Vielen Dank. Ah, wenn ich schreibe, dann geht das nicht so viel. Ich habe das nicht so viel, ich habe das nicht so viel. Wieso schreib ich streamen morgen mit? Ich kann dir ne, ne? Ich kann dir ne, ne? Ich kann dir ne, ne? Kannst du? Wieso schreib ich streamen so, man? Check up, check up! Ah, stream, ne? Alles okay? Mhm. Ich krieg gar nicht mit, wenn die auch schreien, wenn ich weg guck. Ich würd's das halt lieber. Wie schreib ich keine? Wie schreib ich hin? Video. Fünf Zuschauer. Tegui. Wie geht's dir? Sie hat aufgeschrieben. 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 Was ist jetzt los? Ähm... 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 Irgendwie glaube ich, das ist grad nicht normal. Na, muss ich nochmal schließen. Toll. Das ging doch gerade voll ab und so. Jetzt schreibt er ja nicht. So sieht's mega hübsch aus. Danke. Ich habe mich nicht aufgeschrieben. 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 Okay. Okay. Wip für alle. Ich habe mich nicht aufgeschrieben. Ich habe mich nicht aufgeschrieben. Ich habe mich nicht aufgeschrieben. aufgeschrieben. Und nicht aufgeschrieben. Okay, hier gibt es anscheinend viele Vorschläge, was man machen kann und das wirbsfies sind. Die SMSP noch mehr wegen den vielen Freunden bekommen ständig Reuterserfragen und Auftragen, ob es Leute für ihre Geschenkungen haben, aber oft nicht viel Geld. Das ist nicht besser als Snips, aber wir sehen nicht einfach, ob sie ausgeschenken und dass sie einen solchen Geld bezahlt haben. Okay, das stimmt irgendwie. Aber das verstehe ich keine Argumente. Äh, ähm, nein, nur so freiemäßig. Okay. Ich will eigentlich nur gucken, ob es hier irgendjemanden gibt, der ein Loot-Ticket verlost. Aber hier kann man nicht mitmachen, weil das viel zu viele sind, deswegen. Geht man? Ich hoffe, es hängt sich nicht auf euch so schnell, Tipp. Nach hinten auf die, die weniger Likes haben. Wo man vielleicht eine bessere Chance hat, wenn die wirklich eins haben. Okay, ich glaube, ich habe zu schnell getippt. Oh nein, das freut ich gar nicht. Ihr seid nicht so weit. Oh nein. So Leute, das ist eine Erklärung, wie man innerhalb von kürzer Zeit auf Seite 100 kommt. 103. Okay, ja. Da sind wir angelangt bei den Leuten. Wo sich nicht so viele mehr da... Aber ich glaube, wir suchen nur welche WIP-Ticket. Das ist doof. Und irgendwie lädt das auch nicht. WIP-Ticket. Wenn ich noch zuletzt. Wir brauchen ZWAP. Okay, es hat anscheinend nichts gebraucht, um noch so weiter hinten zu gehen. Und die verlosen kann ich jetzt weiter machen, wenn ich wieder piepen. Weil die aus nem Diapaket sind. Und ich das ja auch Leuten schenken will, die kein BiP sind. Deswegen... Ja. Muss man noch ein bisschen warten. Haaresaschen. Okay. Okay. Und die erste passende Rock zu meinem Oberteil. Ja. Halt noch andere Sachen für meinen Raum. Damit der endlich mal schöner wird. Ja. 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 Ich will mal gucken, wie weit man hier runter scrollen kann. Ob man sehen kann, was man damals reingeschrieben hat. Und ob ich hier einfach so machen kann. Ah. Baby, das nervt mich. Was? Dass ich nichts kaufen kann oder so. Okay. Könnte ich hier vielleicht auch den Zuschauern schenken. Okay. Ich muss auch viel Geld verdienen. Haha. Auch. Okay. Wow. Ah. Oh. Was machst du denn da? Du musst für den Kopf und den von Emmeringern. So, okay. Oh, baby. Come here. Ja, die waren einfach nur so da. Baby, guck mal her, du musst den einmal rumwickeln, nach vorne rumwickeln, da lädt er auch. Ich bin bei mir selber auf jeden Fall mit dem Rechnen. Hey. Hey. Wie ist denn? Easyboy, 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 easyboy. Oops. Ja. 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 Du siehst Michael ist oben, Champion 2, siehst du, das ist das dritte von oben, also ich bin fast ganz oben, du siehst er, da, ist Bronze, Bronze einsetzt, das ganz unterste. Ist geil, oder? Hallo, oder? Hallo, oder? Nein, 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 friedliche Menschen, die Partner spielen, also die spielen MSP. Das ist der Toast besser, ne? Ja. So, dann. So, dann. Da 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 dumm, 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 dumm Oh, ich habe mal ein bisschen Freunde Die sich mir einfach so verpüsten muss ich da noch aus sein, das ist schon krass hässlich, schon krass hässlich, ja. Die Augen, aber das war richtig witz irgendwie, oh, hätte ich die mal behalten, weil jetzt kann man sie ja behalten, ich will mich wirklich verabschieden, was für ihr, oh mein Gott. Das war richtig, oh mein Gott. Das war richtig, oh mein Gott. Das war richtig. Ich weiß eigentlich nichts mehr an dem Hirn zu fangen. Das war richtig, oh mein Gott. Das war richtig. Das war richtig, oh mein Gott. 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 Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.